sich draußen in der natur bewegen den knirschenden schnee unter den skiern spüren ganz oben ankommen die kalte luft einatmen und den moment genießen natürlich kennst du dieses gefühl doch fangen wir von vorne an der grundstein für eine gelungene skitour wird schon tage im voraus gelegt achte auf den lawinenlagebericht das wetter und ausgewiesene waldwildschongebiete schätze ehrlich ein was du kannst und mit wem du los siehst wähle deine tour entsprechend aus und nimm die vollständige notfallausrüstung mit die richtige tourenplanung ist der schlüssel für eine sichere saison du bist in der natur unterwegs sie ist so schön wie fragil besonders im winter an die rauen bedingungen sind die tiere gut angepasst störungen durch menschen sind für sie aber gefährlich beachtet deshalb unbedingt die schutzgebiete und meide die dämmerung vor allem im hochwinter gegenseitiger respekt und ein freundliches miteinander am berg sollten für uns alle selbstverständlich sein ob anfänger oder erfahrene alpinistin am ende eint uns alle eins die freude uns in der natur zu bewegen natürlich ist winter wir sind dabei mit herz und verstand